Guten Tag, werte Hörer, ich begrüsse Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Schweizerzeit im Kontrafunk, die wir in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Schweizerzeit produzieren. Mein Name ist Stefan Milius und mein heutiger Gesprächspartner ist Matthias Scheppi. Der 37-Jährige ist am Zürichsee aufgewachsen, hat das Gymnasium absolviert und später Literatur- und Politikwissenschaften sowie Jura studiert. Seit 2016 ist er Teil von 1000 Plus Pro Femina. Seit 2021 leitet er dort den Bereich Digitale Beratung und ist seit 2023 Geschäftsführer der 1000 Plus Schweiz GmbH, dem Schweizer Ableger der Firma. Er ist im Südtirol wohnhaft. Es ist gut denkbar, dass viele unserer Hörer nicht genau wissen, was sich hinter 1000 Plus Pro Femina versteckt. Und das aus dem einfachen Grund, dass es sich um ein Beratungsangebot für schwangere Frauen handelt, also eine bestimmte und begrenzte Zielgruppe. In Deutschland ist dieses Angebot seit vielen Jahren stark verankert, in der Schweiz steckt sie noch in den Anfängen. Und diese Anfänge sind harzig, darüber werden wir heute unter anderem sprechen. Aber zunächst, Matthias Schäppi, skizzieren Sie doch kurz, was 1000 Plus Pro Femina konkret macht. Ja, sehr gerne. Grüezi und willkommen von meiner Seite. Pro Femina ist ein unabhängiges, hochqualifiziertes und gemeinnütziges internationales Beratungsangebot für Frauen und Familien im Schwangerschaftskonflikt. Durch objektive Information, exzellente Beratung und vor allem durch ganz konkrete Hilfe möchten wir Frauen im Schwangerschaftskonflikt beraten und dadurch selbstbestimmte und unabhängige Entscheidungen für das Leben ermöglichen. Die Aufgabe oder unser Anliegen bei Pro Femina ist es, sich an die Seite von Schwangeren in die Not zu stellen und allen Frauen, die dies wünschen, eine belastbare Alternative zur Abtreibung zu erarbeiten, damit sie so eine freie Entscheidung machen können. Die Arbeit finanziert sich durch 1000 Plus, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. 1000 Plus ist eine gemeinnützige, spendenbasierte Organisation, die von Menschen getragen wird, denen Schwangere am Herzen liegen und die quasi durch 1000 Plus Information, Beratung und Hilfe eben betreiben, fördern und finanzieren und so quasi die Beratungsarbeit von Pro Femina erst ermöglichen. Außerdem oder darüber hinaus hat sich 1000 Plus zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über dieses Tabu von Schwangeren in Not, über die Not von Schwangeren in einem Schwangerschaftskonflikt zu berichten, darauf aufmerksam zu machen und auch den Wert und die Schönheit eines jeden Menschenlebens immer wieder zu betonen und ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Sie haben mehrfach vom Schwangerschaftskonflikt gesprochen, auch von Schwangeren in Not. Das heißt, wir sprechen hier von Frauen, die schwanger sind, ich nehme mal an, in den meisten Fällen nicht geplant und die sich jetzt überlegen, will ich das Kind behalten oder nicht und ihre Mission ist es also, die Beratung so anzulegen, dass die Bereitschaft dann auch wächst, das Kind auszutragen. Kann man das so sagen? Bei Pro Femina geht es darum, dass wir pro Femina für die Frau und mit der Frau eine Alternative zur Abtreibung erarbeiten wollen. Die Frau steht also im Fokus unserer Beratung und sie ist es auch, die letztendlich entscheidet, aber wir möchten, dass sie eben Alternativen hat. Wissen Sie, man spricht immer davon, von Selbstbestimmung und der Freiheit auch abtreiben zu können, aber die Frauen, die sich an uns wenden, die nach Hilfe suchen im Internet und auf unserer Beratungsplattform Pro Femina landen, das sind Frauen, Frauen, die haben es mit Situationen zu tun, die nichts mit Selbstbestimmung zu tun haben, die mit dem Rücken zur Wand stehen, von ihrem Partner unter Druck gesetzt werden, nach dem Motto, bekommst du dieses Kind, bin ich weg oder die aufgrund ihrer biografischen Situation momentan in einer Lage sind, die es für sie, wo sie glaubt, jetzt kein Kind bekommen zu können, Sprich, Frauen, die keine Alternativen zur Abtreibung haben und weit davon entfernt sind, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und um eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, muss man Alternativen haben, so dass die Frau sich eben frei entscheiden kann und da sehen wir unseren Kernauftrag, genau darin, eine Alternative zu erarbeiten und der Frau die Möglichkeit zu geben, in Liebe und Freiheit sich für das Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt, zu entscheiden. Diese Beschreibung, die erinnert ja an die ganze Pro-Life-Bewegung, wenn ich das richtig verstehe, sehen Sie sich irgendwo ja auch ein bisschen in diesem Lager verortet, Pro-Life, das ist sehr oft auch verbunden mit einem christlichen Ansatz, mit religiöser Mission, ist das auch Ihr Ansatz oder führt das zu wenig weit, wenn man Sie jetzt auf die christliche Botschaft, Ihre Arbeit zurückführt? Auch hier möchte ich sagen, dass unser Ansatz ist, wir arbeiten und beraten aus der christlichen Nächstenliebe heraus. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in aller Regel einen christlichen Hintergrund, sei es evangelisch, sei es katholisch oder auch aus dem freikirchlichen Milieu, aber die Religion selbst oder das Sprechen über die Religion, das ist nicht Teil unserer Beratung. Eine Ausnahme bildet höchstens, wenn Schwangere uns darauf ansprechen oder mit uns darüber sprechen wollen, aber wir sehen es als unsere Aufgabe an die Probleme der Frau, die ja in einem völlig anderen Zusammenhang sich an uns wenden und die möglicherweise auch überhaupt nichts mit Religion am Hut haben, dass wir ihre Probleme lösen, die sie ganz konkret hat. Wenn man jetzt glückliche Mütter mit Kinderwagen auf dem Spielplatz sieht, dann kann man den Eindruck gewinnen, ja gut, also Schwangerschaftskonflikte, das ist eine Art Nischenproblem, das ist nicht sehr verbreitet, weil man sieht ja eigentlich einfach jeweils das Ergebnis, wenn es zur Geburt gekommen ist. Aber bei meiner Vorbereitung habe ich mich ein bisschen durch Zahlen gewühlt und habe gemerkt, das scheint nicht ganz so nischig zu sein, wie ich zuerst gedacht habe. Vielleicht helfen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge, von welchen Dimensionen, in den Zahlen bezogen, sprechen wir bei Ihren Beratungen in der Vergangenheit in den letzten Jahren? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die ungewollten Schwangerschaften sind ein Massenphänomen, genauso wie die Abtreibungen weltweit und natürlich auch im deutschsprachigen Raum. Mit Profemina beraten wir aktuell im Jahr oder im letzten Jahr haben wir knapp 259.000 Schwangere in Not beraten, weltweit überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum im Moment noch, aber mit zunehmendem Anteil auch in anderen Sprachen. Das heißt also, das ist ein Massenphänomen, mit dem wir es zu tun haben, dass so viele Frauen in existenzielle Ängste und Nöte geraten durch eine ungewollte Schwangerschaft und natürlich auch die Abtreibungszahlen, die wir in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sehen, bestätigen natürlich auch. In Deutschland haben wir über 110.000 Abtreibungen pro Jahr. In der Schweiz sind es 11.000. Da können Sie sehen, wie groß die Not auch ist, dass so viele Abtreibungen stattfinden und wie wichtig unsere Aufgabe ist und wie viel wir trotz unserer großen Beratungszahlen haben, wie viel wir noch zu tun haben. 2023 wurde der Information auf Ihrer Webseite ein Rekord verzeichnet. Da haben Sie an einem einzelnen Tag im Sommer fast 7.000 Personen auf der Profimina-Webseite begrüßt und daraus haben sich dann mehrere hundert Beratungskontakte ergeben. Und ganz allgemein haben ja die Zahlen massiv zugenommen. Das haben wir bereits gehört. Allerdings war da in diesem Zusammenhang auch die Rede von einem Ausnahmezustand, der daraus resultiert. Dieses starke Wachstum der Beratungsanfragen, das hat dann erhebliche Mehrkosten auf verschiedenen Ebenen verursacht. Und Sie haben dann einen recht dringlichen Aufruf nach Sonderspenden gemacht. Hat sich die Lage inzwischen beruhigt? War dieser Appell erfolgreich? Ja, wenn Sie erlauben, würde ich da gerne ein bisschen weiter ausholen. Den besagten Tag, das war der 26. Juni und da ist es uns tatsächlich gelungen, 1.000 plus am Tag, also über 1.000 Frauen, die sich an einem einzigen Tag an uns gewendet haben zu beraten, um genau zu sein, waren es 1.000 und 67. Knapp 7.000 Schwangere in Not sind auf unsere Seite gegangen und über 1.000 haben eine Sofortberatung in Anspruch genommen oder sind mit uns auf eine andere Art und Weise in Kontakt getreten. Und dieses Wachstum im Sommer hing unmittelbar zusammen, dass es uns gelungen ist, pro familia vom 2. auf den 3. Platz bei den Suchergebnissen oder bei einer ganzen Reihe von Suchergebnissen. Und da waren wir bisher immer auf dem 3. Platz. Und ab Mitte Juni hat sich das Blatt zu unseren Gunsten glücklicherweise geändert auf einen Schlag und das hat natürlich zu massiv mehr Beratungsanfragen geführt. Und sowas konnte man am Anfang des Jahres ja nicht sich ausrechnen, dass wir am Ende des Jahres wieder mit fast über 70% mehr Beratungsfällen zu tun gehabt haben, als im Jahr 2022. Und Sie müssen sich vorstellen, so ein Homepage-Besuch oder auch eine digitale Beratung ist nicht umsonst und auch kostenmäßig sind wir weit davon entfernt, das skalieren zu können. Also ein Homepage-Besuch kostet uns rund 48 Rappen oder 48 Cent. Eine digitale Beratung kostet uns im Durchschnitt rund 9,10 Euro oder knapp 9 Franken. Und bei so einem Wachstum hat das natürlich zu entsprechenden Mehrkosten geführt. Und das hängt damit zusammen, dass auch im Hintergrund Dienstleister für uns tätig sind, die mit jeder Beratungsantwort auch Geld verdienen, weil sie einfach die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen. So, und vor diesem Hintergrund sah unser Gründer, Herr Aufjero, sich veranlasst, tatsächlich einen Ausnahmezustand auszurufen, weil es ging nicht mehr so weiter. Die Kosten sind in die Höhe geschnellt. Und gleichzeitig wollten wir natürlich unter allen Umständen vermeiden, dass wir die digitale Beratung abstellen müssen. Und deswegen sahen wir uns veranlasst, diesen Ausnahmezustand auszurufen, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja und nein. Ja, der Appell war sehr erfolgreich. Wir dürfen uns glücklich schätzen, so beschenkt worden zu sein von unseren Unterstützern. Die haben also in Form eines Verdoppelungsfonds, den wir in den letzten Monaten des Jahres 2023 aufgegleist haben, uns die notwendigen finanziellen Mitteln und Ressourcen zur Verfügung gestellt, damit wir das Jahr gut abschließen konnten. Und dafür sind wir enorm dankbar. Wenn Sie danach fragen, ob sich die Lage beruhigt hat, so ist es nicht der Fall. Gott sei Dank leider nicht der Fall, muss man auch sagen. Wir haben jetzt gerade einen Rekordmonat im Januar abgeschlossen. Über 25.000 Schwangere in Not haben sich im Januar an uns gewendet. So viele Frauen in einem Monat, das gab es noch nie bei Profemina. Auch da sind wir natürlich sehr glücklich, sehr zufrieden, dass unser Hilfsangebot von so vielen Schwangeren angenommen wird, dass danach gesucht wird. Zeigt aber auch auf, was für ein Potenzial in dieser Webseite drinsteckt und was für Möglichkeiten wir noch haben, weiter zu wachsen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. also da haben wir noch sehr viele Möglichkeiten weiter zu wachsen und da liegt noch eine große Arbeit auch in diesem Jahr vor uns. Aber ich bin optimistisch, dass das auch in diesem Jahr gut laufen wird. Also wir sind mit diesem Rekordmonat ins Jahr gestartet. Wenn man das so ein bisschen hochrechnet, in Januar kann man ja sehen, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich über 300.000 Schwangere in Not beraten. und bei dieser Prognose sind die Innovationen, die wir in diesem Jahr geplant haben, noch nicht einmal eingerechnet. Und da ist eine ganze Reihe von Innovationen geplant mit über zehn weiteren digitalen Beratungstools, die in der Pipeline sind und die von uns zurzeit entwickelt werden. Ich habe mich vor unserem Gespräch mal schnell in die Rolle einer schwangeren Frau begeben, habe gegoogelt nach Beratungen für schwangere Frauen und da wird man ziemlich erschlagen vom Angebot. Da kommen sehr, sehr viele Treffer. Also diese Not ist offensichtlich erkannt. Da gibt es ganz viele Stellen, die sich darum kümmern. Sie sagen aber auch in Ihren öffentlichen Schriften, in Ihrem Auftritt, dass Sie sich eben von vielen dieser anderen abheben. Sie haben gesagt, Sie tragen bei zur Entscheidung für das Kind. Tun das die anderen in diesem Sinn also nicht, wenn sie anders sind? Hier muss man unterscheiden zwischen Organisationen, die staatlich sind und es gibt auch weitere Pro-Life-Organisationen, die in einem sehr ähnlichen Umfeld wie wir tätig sind. Die Beratung, die 1000 Plus ermöglicht, die Pro-Femina-Beratung, ist halt mit Abstand die größte Pro-Life-Organisation, mittlerweile auch weltweit. Es gibt keine vergleichbare Organisation, die in der Größenordnung Schwangere in Not weltweit berät. Was uns unterscheidet von allen anderen ist sicherlich, also wir sind eine nichtstaatliche Organisation, wir sind eine Organisation, die sich bedingungslos Zeit nimmt für Schwangere in Not, also es gibt da kein Limit, wie lange wir mit einer Schwangeren telefonieren oder hin und her schreiben, je nachdem. Die Schwangere selbst entscheidet, wie lange sie mit uns in Kontakt sein möchte und wie viel Hilfe sie in Anspruch von uns nimmt. Da gibt es bei uns keine Limits. Das, was wir tun, ist gelebte Nächstenliebe im besten christlichsten Sinne und ja, die Schwangere entscheidet selbst, wie lang, wie viel sie von dieser Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Und was tun beispielsweise jetzt staatliche Beratungsanbieter? Bekomme ich da einfach einen Flyer mit der nächsten Abtreibungsklinik serviert oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es das überhaupt oder ist das ein bisschen zu krass formuliert? Ja, leider ist es nicht zu krass formuliert. Ich möchte jetzt auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist aber bekanntermaßen so, dass wir sehr viele Schwangere in Not haben, die sich an uns wenden, nachdem sie bereits eine staatliche Stelle kontaktiert haben. Wir erfahren immer wieder von Schwangeren, die sich an uns wenden, wie sie dort regelrecht abgefertigt wurden, in Zehn-Minuten-Gesprächen. In Deutschland gibt es die sogenannte Beratungsscheinpflicht und ein solcher Schein ist notwendig, damit eine Abtreibung durchgeführt werden kann. Und bei staatlichen Stellen geht das mitunter sehr, sehr schnell, bis man so einen Schein bekommt. Man geht nicht auf die Sorgen und Nöte der Schwangeren ein. Man ist sehr schnell bei der Hand und stellt einen entsprechenden Schein, ein entsprechendes Papier aus oder kommt zum Schluss, ja, in deiner Situation ist es wohl das Beste, dass eine Abtreibung vorgenommen wird und das ist nicht das, was Schwangere in Not suchen. Schwangere in Not, die dann nach Hilfe suchen im Internet, die suchen eigentlich Hilfe, die suchen eigentlich Möglichkeiten für einen Weg mit Kind. Wissen Sie, wir wissen einfach von mittlerweile einer halben Million Schwangeren in Not, die wir beraten haben, dass keine Schwangere in Not oder beziehungsweise dass keine Frau eine Abtreibung will. Wir erleben immer wieder, dass Schwangere in Not einfach Hilfe suchen de facto und nicht sich mit der erstbesten Antwort zufrieden geben wollen, wie in deinem Fall ist eine Abtreibung wohl das Beste. Schwangere, die sich an uns wenden, kommen zum Teil aus einem Umfeld, das die Schwangere unter Druck setzt. Von den Eltern, vom Lebenspartner oder Ehepartner über die Freunde wird ihr möglicherweise eingeredet, dass es das Beste ist, das Kind abzutreiben und trotz all dieser äußeren Einflüsse, dieser Drucksituation ahnt die Schwangere möglicherweise, dass es Hilfe geben muss oder sie ist auf der Suche nach Hilfe, nach einer Alternative, sodass sie sich eben frei entscheiden kann und wir wissen von keiner anderen staatlichen Organisation, die dies so konkret macht und so für die Frau und auch das Ungeborene, wie wir das eben tun. Jetzt bieten sie ja wie gesagt eine Beratung an und in einem solchen Konflikt, in einer Not ist es sicher schon mal schön, wenn jemand zuhört, jemand für einen da ist, aber wenn jetzt jemand eben Angst hat aufgrund der finanziellen Lage oder die Partnerschaft da kriselt aufgrund der Schwangerschaft, da kann man ja gar nicht wirklich so konkret was ändern. Sie können ja nicht in das Leben von Menschen eingreifen. Wie weit kann denn eine Beratung da eine Hilfestellung leisten, jetzt beispielsweise eben, wenn das Geld an allen Ecken und Enden fehlt? Also weil Sie gerade diesen Punkt ansprechen, finanzielle Sorgen und Nöte sind natürlich für uns in Anführungsstrichen die einfachste Konfliktkategorie, weil die Frau bereits da, wenn sie sich aus finanziellen Gründen an uns wendet, am nächsten bei der Entscheidung für das Kind ist. Da geht es darum, dass finanzielle Rahmenbedingungen der Familie so weit verändert oder verbessert werden müssen, dass die Frau sich einfach vorstellen kann, ja, mit diesen Mitteln, mit dieser Unterstützung ist es für mich möglich. Viel herausfordernder und komplizierter sind Partnerschaftskonflikte und wie Sie recht sagen, wir können und tun natürlich nicht aktiv in das Leben dieser Partnerschaft eingreifen, aber wir ermöglichen durch unsere Beratung der Frau eine Art Coaching, quasi, dass sie versteht, also in sehr vielen Fällen, in rund 26% aller Fälle, die sich an uns wenden, handelt es sich um sogenannte Partnerschaftskonflikte. Da geht der Konflikt meistens von ihm aus, also er sagt, wenn du dieses Kind bekommst, bin ich weg und das setzt natürlich die Frau unter Druck und unser Ziel ist es jetzt nicht, die Frau dahingehend zu überreden oder so, dass sie das Kind bekommen muss und dann die Partnerschaft auseinanderbricht, sondern wir wollen natürlich beides. Wir möchten, dass diese Partnerschaft hält und dass sie gemeinsam sich für dieses Kind entscheiden können und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir der Frau ein Coaching anbieten, ein Coaching, das in erster Linie zunächst einmal versucht, ihr zu erklären, warum er möglicherweise jetzt diese ablehnende Haltung an den Tag legt, nachdem der positive Schwangerschaftstest da ist. Wir coachen die Frau dahingehend, dass sie lernt, wie sie mit ihm sprechen kann, ohne dass die Gespräche sofort in Streit ausarten. und ermöglichen einfach der Frau, ihre Partnerschaft auch dadurch möglicherweise zu retten und sich dann in Liebe auch für das Kind entscheiden zu können. Sie haben in Bezug auf den Schwangerschaftskonflikt vorhin von einem Massenphänomen gesprochen, also dass das wirklich sehr viele Frauen betrifft und ja auch die Zahl der Abtreibungen ist global stark steigend. Wenn wir da vielleicht versuchen, mal eine Antwort zu finden, das ist sicher sehr vielschichtig, aber es scheint ja ein bisschen so, dass Abtreibung sanofähig geworden ist oder sich als Lösung in Anführungszeichen normalisiert hat. Woran liegt das? Kann man einfach sagen, ja, das ist der gesellschaftliche Wandel, wie das in ganz vielen anderen Bereichen auch ist oder steckt da mehr dahinter? Die Beschreibung von Ihnen ist vollkommen korrekt, aber meine, unsere Antwort darauf ist, dass wir diese Situation so nicht akzeptieren können und deswegen mit 1000 plus verstärkt die Kultur des Lebens fördern möchten in Deutschland, in der Schweiz und weltweit. Ja, es hat sich leider eingeschlichen, dass Abtreibungen salonfähig geworden sind. Man schaut weg aus edlem Humanismus, redet man von Selbstbestimmung und die Frau kann ja selbst entscheiden und ja, weil wir vorhin schon von Partnerschaftskonflikten gesprochen haben. Ein Partnerschaftskonflikt kann übrigens auch sein, wenn der Partner sagt, egal wie du dich entscheidest, ich stehe hinter dir. Diese Pseudoneutralität setzt viele Frauen zusätzlich unter Druck, weil das einfach keine Hilfe, keine Unterstützung ist. Wir sehen es an allen Ecken und Enden der Gesellschaft, dass der Wert des Lebens zusehend sinkt. Das fängt mit diesem Massenphänomen Abtreibung an und ja, endet mit Euthanasie und dazwischen wird uns eingeredet, dass der Mensch sowieso das schlimmste Wesen auf dem Planeten ist und ja, es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass viele Menschen zu sich selbst kein Ja finden können, sich selbst nicht akzeptieren, wie sie sind, sich selbst ihr Leben nicht als Geschenk annehmen, als was es tatsächlich ist und das führt natürlich dazu, dass wenn das eigene Leben nichts mehr wert ist oder wenn man glaubt, das eigene Leben nichts wert ist, wenn man die Vergangenheit permanent verleugnet, ja, wie kann man es einer Frau verübeln, wenn sie glaubt, ja, wie soll ich einem Kind in diese schreckliche Welt, wo Inflation und Epidemien und 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 was alles Kriege herrschen, wie kann ich einem Kind noch ein Leben schenken, was kann ich einem Kind bieten in so einer Welt, da sieht man, dass wir sehr viel zu tun haben, um das Denken darüber zu ändern in der Gesellschaft, dass das Leben eben lebenswert ist und dass der Materialismus, in dem wir leben, nicht das ist, was uns glücklich macht, sondern Liebe, sich selbst verschenken, Nächstenliebe, das sind Dinge, die uns langfristig glücklich machen, für andere da zu sein und das wollen wir verstärkt ins Bewusstsein zurückrufen. Sprechen wir vielleicht noch kurz über die Art der Beratung, wir haben ja diese Zahlen gehört, da sprechen wir von Hunderttausenden von Beratungen, die finden auf verschiedenen Kanälen statt, aber ein ganz starker Bereich, den Sie ja auch maßgeblich aufgebaut haben, ist die digitale Ebene, quasi eine fast schon automatisierte Beratung über Formulare, wo dann in Echtzeit Antworten kommen, und das klingt natürlich jetzt für mich als Laie so quasi so wie diese seltsamen automatischen Antwortgeber bei einer Bank, die aufploppen auf einer Webseite, ein Algorithmus, der dahinter steckt, das klingt jetzt nicht nach individueller Beratung, wie schaffen Sie das, dass das ein Stück weit automatisiert ist und möglichst viele Leute auch zu erreichen und denen Hilfe zu bieten, aber doch eben individuell zu bleiben? Ja, Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn eine Frau ungeplant schwanger wird und gerade diesen positiven Test vor sich hat, da wird sie in aller Regel als allererstes ihr Handy zücken und sich auf die Bettkante oder Badewannekante setzen und das eingeben, was ihr als erstes durch den Kopf geht, abtreiben, ja oder nein, oder wenn es sich um einen Partnerschaftskonflikt handelt, er will das Kind nicht oder wie teuer ist eine Abtreibung unter 18 und, und, und. Sie gibt möglicherweise diesen Begriff ein und unsere Aufgabe bei Profemina besteht dann darin, dass wenn Sie diesen Begriff googelt und Sie, liebe Zuhörer, können das gerne verifizieren, ob das da auch stimmt, dass dann unter den ersten drei Suchergebnissen ein Suchergebnis von profemina.org zu finden ist und diese Seite, die Sie dann finden, ist nicht die Startseite unserer Beratungsplattform, sondern ist eine ganz individuell gestaltete Landingpage, nennt man das heutzutage, eine Seite, die ausschließlich für diese Suchbegriffe gebaut wurde. Auf diesen Seiten gibt es nebst Information und beraterischen Impulsen und Inhalten gibt es bei vielen Seiten sogenannte Selbsttests. Das sind unsere Beratungstools. Selbsttests laden die Schwangeren ein in Form von Multiple Choice ihre Situation, die sie betrifft, anzuklicken, zu beschreiben dadurch, um am Ende ein wirklich hochindividuelles Ergebnis zu bekommen und das meine ich ganz wörtlich mit hochindividuell. Unsere Tests sind in der Lage zwischen 16.000 und 50.000 verschiedene Antwortmöglichkeiten je nach Konflikt, Fall, Kategorie, Zeitpunkt, Ort und Umstände für die Schwangere zu generieren. Diese Texte sind nicht mit KI generiert, sondern die sind aus der Feder von unseren besten Beraterinnen, die wir haben, zusammengestellt und ja, in Form einer sogenannten Textengine, einer Textmaschine, die im Hintergrund die entsprechenden Antworten konzipiert, erstellt worden. Jetzt ist es so, dass wir ja selbst gelernt haben oder lernen durften, dass diese, wir nennen es digitale Erstberatung bereits eine vollumfängliche Beratung ist und Schwangeren dabei helfen kann, sich für ihre Babys zu entscheiden. Immer wieder bekommen wir auch Rückmeldungen von Schwangeren in Not, die ausschließlich digitale Beratung in Anspruch genommen haben und sich daraufhin mit einer einzigen E-Mail, die ihr gesendet wurde oder einer einzigen Instant-Antwort, die ihr auf dem Bildschirm gezeigt wurde, für ihre Babys entschließen können, weil unsere Texte oder unsere Beratungsimpulse, die wir versenden, wirklich den Anspruch haben, das Herz der Schwangeren zu erreichen und ihr quasi auch durch diese Hilfestellung die Möglichkeit zu geben, diese Nachricht immer und immer wieder auch zu lesen und wirklich mit diesen E-Mails, mit diesen Beratungsimpulsen zu arbeiten. Das ist also wirklich, das kann ich Ihnen von Rückmeldung, die wir bekommen, kann ich Ihnen das versichern, dass Schwangere mit unseren E-Mails arbeiten und weil sie ihnen helfen können, ihre Gedanken beispielsweise zu strukturieren, die ehrlich gesagt auch bei einer ganz normalen Schwangerschaft können die Hormone schon komplett wild durcheinander spielen und umso mehr, wenn es sich um eine ungewollte Schwangerschaft handelt und da können einfach Gedanken, Impulse helfen, das eigene Denken wieder zu strukturieren, zu sehen, ja, was will ich wirklich, wo gibt es Hilfen, wo liegen meine Stärken, wie habe ich Krisen in der Vergangenheit gemeistert und wie kann ich das für die jetzige Situation für mich vielleicht nutzbar machen, ja. Dann kommen wir jetzt in die Schweiz, ich glaube, wir haben festgestellt, es gibt ein Bedürfnis an solcher Beratung und es gibt eben ihr Angebot, es gab schon immer Frauen, die sich auch aus der Schweiz heraus beraten haben lassen, sie haben jetzt aber im vergangenen Sommer eine eigene Niederlassung in der Schweiz gegründet, sind jetzt also auch physisch dort vor Ort und sind jetzt, und das ist auch der aktuelle Anlass für unser Gespräch, auf unvermutete Schwierigkeiten im Kanton St. Gallen gestoßen, wo sich der Standort befindet. Was ist da genau das Problem, wo macht man ihnen da derzeit das Leben schwer? Zunächst einmal ist es so, dass das Internet ja keine Länderbarrieren kennt, sondern nur Sprachbarrieren und seit wir also in Deutschland 2009 mit dem Projekt damals 1000plus gestartet sind, beraten wir also auch Schwangere in Not von der Schweiz, weil die googeln und finden uns natürlich durch das Internet und so leistet 1000plus Deutschland eigentlich schon seit 2009 Beratung, Information und Hilfe für Schwangere in Not in der Schweiz. Da wir gesehen haben, dass in den letzten Jahren die Anfragen signifikant gestiegen sind in der Schweiz, also von wenigen hundert pro Jahr auf ein paar tausend pro Jahr, im letzten Jahr waren es über siebentausend Anfragen von Schwangeren in Not in der Schweiz, haben wir gesehen, dass die Notwendigkeit immer größer wird, dass wir auch in der Schweiz eine eigene Niederlassung eröffnen von 1000plus und haben uns für St. Gallen entschieden. Wir haben also unsere Statuten erstellt und beim Kanton im Jahr 2022 eingereicht, noch bevor wir gegründet wurden, um abzuklären, ob wir mit diesen Statuten als gemeinnützig anerkannt werden. Und uns wurde dann Ende 2022 mitgeteilt, jawohl, das passt alles, ein, zwei kleine Änderungen in den Statuten mussten vorgenommen werden, das waren wirklich Kleinigkeiten und das haben wir selbstverständlich gemacht und haben dann gesagt, okay, wir haben dieses sogenannte Ruling, wie das heißt, bestanden und jetzt steht der Anerkennung der Gemeinnützigkeit eigentlich nichts mehr im Weg. Wir sind dann im letzten Sommer nach St. Gallen gegangen, haben ein Büro in St. Gallen gemietet und haben dann nach erfolgreicher notariellen Gründung einer GmbH den Antrag gestellt, nun als gemeinnützige GmbH erklärt zu werden, weil das Ruling ja im Vorfeld schon positiv erfolgt ist. Es ist so, dass gemeinnützige GmbHs eine relativ neue juristische Person darstellen und wir diese Form gewählt haben. Und wir haben dann nicht schlecht gestaunt, als wir anfangs sind wir davon ausgegangen, dass wir nach der Gründung innerhalb von zwei Wochen die Bestätigung bekommen, gemeinnützig zu sein. Haben dann nicht schlecht gestaunt, als wir nach circa drei Monaten die Mitteilung bekommen haben, dass unsere Beratung ja nicht neutral sei und unsere Beratung würde ja zum Leben hin tendieren und ausschliesslich in diese Richtung und das sei ja dann nicht gemeinnützig und deswegen wird uns die Gemeinnützigkeit nicht erteilt und das hat uns natürlich ehrlich gesagt total schockiert. Das ist ja in Ihrem Fall, das muss man vielleicht erklären, ziemlich wichtig, dieser Status der Gemeinnützigkeit, der bedeutet natürlich auch, dass die Spender und sie leben ja von Spenden oder finanzieren ihr Angebot, ihr kostenloses Beratungsangebot mit Spenden, dass diese Spenden eben nicht von der Steuer abgezogen werden kann, was je nachdem auch die Spendelust bei den Leuten ein bisschen begrenzen kann. Jetzt dieser Vorwurf, der ja eigentlich in dieser Begründung liegt, dass da eine einseitige, keine ausgewogene Beratung stattfindet, weil sie eben das Ziel haben, dass grundsätzlich eine Zielsetzung. Ja, da müssten wir jetzt darüber diskutieren, was die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit ist und der Schweizer Gesetzgeber, er macht zwei Voraussetzungen, einerseits muss die Arbeit oder die Hilfe, die geleistet wird, die Tätigkeit muss unmittelbar, uneingeschränkt und dauernd auf das Wohl der Allgemeinheit gerichtet sein und es muss in uneigennütziger Weise erfolgen und genau diese beiden Tätigkeiten erfüllt 1000 plus Schweiz unser Angebot ist zu 100% kostenlos es richtet sich an alle Schwangeren in Not die sich das wünschen also jede Frau kann sich an uns wenden unabhängig von Herkunft Religion sozialer Hintergrund und 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 natürlich dient diese Beratung auch dem Allgemeinwohl und deswegen können wir es jetzt nicht nachvollziehen warum das nicht gemeinnützig sein soll das Steuer Amt hat uns darauf aufmerksam gemacht oder begründet diese Entscheidung uns nicht als gemeinnützig anzuerkennen dadurch dass wir wie gesagt nicht neutral beraten es gibt aber in der Gesetzgebung keinen Hinweis oder keinerlei Hinweis darauf dass man neutral beraten muss um gemeinnützig zu sein und auf der anderen Seite sehen wir natürlich Organisationen Pro-Choice Organisationen die zur Abtreibung hin beraten zum Teil ausschliesslich in Richtung Abtreibung beraten die sind gemeinnützig die werden als gemeinnützig anerkannt Organisationen die Pro-Life sind sind nicht gemeinnützig anerkannt und da glaube ich eben dass das nicht sein kann dass das politische Willkür ist und dass da eine ideologische Voreingenommenheit der entsprechenden Beamtin die uns diese Gemeinnützigkeit versagt vorherrscht die wir so nicht akzeptieren können und wogegen wir uns mit allen Mitteln zu Wehr setzen werden Ich nehme an Sie wurden mit reichlich viel Papier eingedeckt in diesem ganzen Verfahren mit hin und her schreiben wir haben immerhin hier mit einer Behörde mit dem Steueramt zu tun wurde erklärt wie diese Behörde zu dieser Einschätzung kommt also haben die Testberatung durchgeführt oder vertieft recherchiert wie kam es zu geführt und genauso wie sie es beschrieben haben zunächst einmal wurde unsere Profemina Seite sehr genau unter die Lupe genommen und dort wurde dann anhand unserer Beratungstools festgestellt dass wir offensichtlich Hilfe statt Abtreibung anbieten und dass wir Alternativen zur Abtreibung mit Schwangeren erarbeiten und wir kommunizieren das im Übrigen auch sehr klar also wir führen da keine Schwangere hinters Licht Schwangere wissen ganz genau wie unsere Beratung erfolgt mit welchen Maßstäben und mit welchem Grad der Professionalität wir sind da sehr offen und transparent ja und auch der zweite Punkt den sie erwähnt haben trifft natürlich zu es wurde recherchiert aber diesmal wurden andere Quellen herangezogen als damals als uns das Ruling im Vorfeld erteilt wurde damals hat man unsere Statuten angeschaut unsere Webseite angeschaut das was wir tun und diesmal wurde vielfach Seiten konsultiert die sie noch nicht mal angegeben haben wahrscheinlich auch weil es sehr peinlich ist Zeiten die zum Teil von satirischen Politikern verfasst wurden oder berichte von fake schwangeren die über uns geschrieben wurden es gab mal eine Zeit da haben wir immer wieder fake schwangere in unserer beratung gehabt weil man unbedingt uns in die Pfanne hauen wollte und weil es einfach keine einzige der zum damaligen Zeitpunkt hatten wir rund 50.000 schwangere in not beraten es gab einfach keine einzige schwangere in not die gesagt hat dass sie bei uns schlecht beraten wurde und da mussten die Journalisten fake schwangere bei uns vorbeischicken die natürlich nur das hören wollten was sie nachher wieder gegen uns verwenden konnten und 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 lange Rede kurzer Sinn wir haben uns gegen diese Vorwürfe damals ausführlichst zur Wehr gesetzt und haben unsere Gegendarstellung dazu positioniert selbst Beiträge im Norddeutschen Rundfunk mussten zum Teil wieder aus der Mediathek gelöscht werden weil es da halt einfach Falsch Behauptungen gab aber wie das so ist was mal im Internet ist das bleibt auch dort und so wurden also da sehr zweifelhafte Quellen herangezogen und zwischen den Zeilen wurde uns mitgeteilt was natürlich dieser Vorwurf ist diese ja zum Teil sehr linksextremistischen Berichterstattung dass wir raten würden und ja dieser Vorwurf ist natürlich in der Begründung wenn auch nicht wörtlich so aber doch zwischen den Zeilen wieder aufgetaucht und ja das Interessante an der ganzen Geschichte ist dass das Steueramts zwar sagt es gibt ein berechtigtes Interesse in der Allgemeinheit dass es Pro-Life Organisation gibt aber es gibt kein Interesse der Allgemeinheit dass diese Form der Beratung auch gemeinnützig ist und da möchte ich sehr gerne das Schweizer Volk einmal befragen ob sie das tatsächlich auch so beurteilen weil ich glaube dass wir da sehr gute Chancen haben dass Herr und Frau Schweizer das nicht so sehen wie das Steuer amt und über den Kopf hinweg Entscheidungen trifft ist Ihre Mission in der Schweiz ist die gescheitert wenn sie diesen Status der Gemeinnützigkeit nicht erreichen also ziehen sie dann wieder weg und verlassen sich einfach darauf dass Schweizerinnen und Schweizer über das Web einfach zu empfinden und geben die physische Präsenz auf also ist das existenzbedrohend Ja diese Situation ist in der Tat existenzbedrohend wir müssen als reine spendenbasierte Organisation Bundessteuer zahlen und wir können auch keine Spendenquittungen im Moment ausstellen für Spenden die uns eingehen wir haben seit Jahren rund 500 Unterstützer schon in der Schweiz und wollten auch denen natürlich entgegenkommen die haben bisher immer zu 1000 plus nach Deutschland gespendet konnten mit der Spendenquittung aus Deutschland natürlich in der Schweiz nichts anfangen und wir dachten natürlich auch dass wir diesen Unterstützern mit der juristischen Person einer gemeinnützigen GmbH auch die Möglichkeit geben dass sie Spenden an uns von der Steuer absetzen können jetzt ist es aber nicht so dass wir jetzt ängstlich uns zurückziehen und das Feld den Abtreibungs Lobbyisten im Land überlassen also ich möchte mich und auch 1000 plus Schweiz ich möchte betonen dass wir sehr kämpferisch sind und dass wir jetzt zunächst einmal alle juristischen Mittel ausschöpfen werden um als gemeinnützig anerkannt zu werden und wir haben wir nicht vor so schnell die Schweiz zu verlassen sondern wir sehen ja dass die Not so groß ist in der Schweiz dass unsere Beratungszahlen so steigen ja da können wir doch nicht jetzt einfach die Segel wieder streichen nur weil der Kanton uns nicht als gemeinnützig anerkennen möchte im Übrigen bin ich überzeugt dass viele unserer Unterstützer felsenfest an unserer Seite stehen und auch wenn es keine Anerkennung der Gemeinnützigkeit gibt weil unsere Unterstützer wissen natürlich besser als der Kanton wie wir arbeiten was wir leisten und sehen auch die positiven Rückmeldungen also es ist natürlich auch interessant der Kanton zieht Fake Berichterstattern über uns heran Lügenberichterstattung aus Deutschland aber die 750 5 Sterne Google Bewertungen die man im Internet finden kann auf Google Maps wenn man mal die Beratungszentren in Heidelberg München oder Berlin eingibt die werden nicht herangezogen da würde der Kanton nämlich sehen dass über 750 Frauen öffentlich sich sehr klar zu unseren Gunsten positionieren und sagen wie dankbar sie sind dass wir ihnen in diesen Situationen geholfen haben zum Teil verlinken sogar Babybilder dahinter habe ich vor kurzem gesehen und diese 750 5 Sterne Bewertung ist auch nur wiederum ein kleiner Bruchteil uns liegen über 10.000 E-Mails vor von Schwangeren in Not die sich die sich bei uns bedanken und wahnsinnig glücklich und zufrieden sind dass sie uns im Internet gefunden haben und von uns auf digitale oder persönliche Weise beraten werden konnten das juristische Verfahren läuft also wie gesagt da muss man den Ausgang noch abwarten gleichzeitig machen sie jetzt auch öffentlich Druck mit ihrem Anliegen mit einem offenen Brief der publiziert ist auf ihrer Webseite den man auch unterzeichnen kann haben sie die konkrete Hoffnung dass dieser Druck irgendwo ein Umdenken bewirkt oder was ist die Absicht dieser Art der Verlautbarung ja die Absicht ist die Öffentlichkeit wach zu rütteln also da passiert etwas ungeheuerliches eigentlich in der Verwaltung ein Akt der Willkür wir sind angetreten um Schwangeren in Not in der Schweiz Information Beratung und Hilfe anzubieten und der Staat sagt nein das finde ich ein ungeheuerlicher Akt weil wir zwingen ja keine Schwangere von uns beraten zu werden wir manipulieren niemand im Gegenteil wir versuchen Entscheidungsfreiheit herzustellen dadurch dass wir Alternativen zur Abtreibung anbieten und von daher ja wird es höchste Zeit dass die Öffentlichkeit über diese Vorgänge auch informiert wird wie auf unseren Behörden damit umgegangen wird dass also jemand der für die Kultur des Lebens einsteht dass da so getan wird als ob die Mehrheit der Bevölkerung das als nicht förderungswürdig betrachten würde als nicht gemeinnützig und immer ganz abgesehen davon dass wir in Deutschland in Österreich und auch in Italien mit den gleichen Statuten wie in der Schweiz Organisationen gemeinnützige Organisationen um 1000 plus und pro Femina gegründet haben die unmittelbar als gemeinnützig und mildtätig anerkannt wurden also im europäischen Umland anerkennt man die Arbeit als gemeinnützig an und in der Schweiz nicht und dagegen wollen wir uns zur Wehr setzen wir möchten diese Möglichkeit auch nutzen die uns der Kanton da einbrockt also wie schon betont beschreiten wir aktuell den juristischen Weg und werden den durch alle Instanzen gehen wenn das notwendig ist und auf der anderen Seite ist es jetzt eben auch an der Zeit diese Sache öffentlich zu machen um das Schweizer Volk selbst entscheiden zu lassen was sie als gemeinnützig empfinden und was nicht und ihnen eben die Möglichkeit zu geben zu sagen ich finde eine Pro-Life Organisation grundsätzlich gemeinnützig und deswegen haben wir diesen offenen Brief auf unserer 1000 Plus Seite das ist also nicht auf der Profemina Seite nicht auf der Beratungsplattform sondern auf der Seite die sich an unsere Unterstützer richtet auf 1000 Plus Punkt net dort haben wir diesen offenen Brief auf der Schweizer Seite verlinkt sie finden den auch schon direkt über die Startseite können sie diesen offenen Brief finden Der wurde auch von einer Reihe von Erstunterzeichnern unterschrieben das sind Leute die man kennt aus Politik Gesellschaft aus Kirchenkreisen einige namhafte Leute auch darunter oder vor allem solche war es einfach diese Erstunterzeichner zu überzeugen also hatten sie da offene Türen teilen diese Leute die Einschätzung oder ist es schwierig in diesem Umfeld Leute zu finden die eben hinstehen mit ihrem Namen Um ganz offen zu sein ist das die einzig positive Nachricht an dieser ganzen Causa mit dem Kanton also ich habe da bei vielen offene Türen eingerannt und kann es selbst fast nicht glauben dass es doch durch verschiedene Parteien hindurch von der SVP über die EVP bis hin zur EDU Politiker Parlamentarier Großräte und so weiter gibt die unser Anliegen teilen dass es katholische Bischöfe gibt dass es Mitglieder der Freikirche gibt also ein Herr Schneeberger Präsident vom Dachverband Freikirchen CH unterstützt uns genauso wie der ehemalige Bischof von Chur der Bischof Wanda oder auch der ehemalige Weihbischof von Chur der Bischof Elegan wir haben SVP Politiker wie Lukas Reimann oder auch den Alt National und Staatsrat Oskar Freisinger der sich für uns einsetzt und der da sofort sich bereit erklärt hat unser Anliegen zu unterschreiben wir haben Präsidenten und Vizepräsidenten der EDU Schweiz den Herrn Frischknecht und den Herr Lambrecht auch die Frau Leisi aus dem Kanton St. Gallen die Präsidentin der EDU dort ist hat sich bereit erklärt als Erstunterzeichnerin sich für Anliegen einzusetzen und insgesamt sind über 15 Leute zusammengekommen aus Politik Gesellschaft und Kirche die dieses Anliegen unterstützen und das ist doch ein sehr positives und hoffnungsvolles Zeichen dass wir hier nicht alleine stehen dass wir offensichtlich einen Nerv getroffen haben und dass diese Leute die uns bis dahin überhaupt nicht kannten die keine Ahnung hatten was 1000 plus ist und was wir machen und denen ich unsere Idee vorgestellt habe die sich da bereit erklärt haben zur anderen Seite gehört natürlich auch dass ich über 100 Politiker kontaktiert habe und viele darauf gar nicht reagiert haben Man kann aber auch als Normalsterblicher diesen offenen Brief unterzeichnen es bleibt nicht bei diesen Prominenten wie kann man sich da einbringen wie kann das geht natürlich am einfachsten darüber dass man auf unserer 1000 plus punkt net seite den offenen Brief anklickt und ihn dort auch unterschreibt das ist fast noch wichtiger als die Erstunterzeichner die wir haben weil wir möchten ja mindestens tausend und mehr Menschen in diesem Land auch bewegen erreichen und sie ja motivieren diesen Brief auch zu unterschreiben um dadurch ein Zeichen zu setzen gegen die Willkür und ein Zeichen zu setzen dass wir in der Schweiz Hilfe statt Abtreibung fördern wollen und dass Organisationen wie 1000 plus als gemeinnützig anerkannt werden ganz genau unabhängig davon ob sie jetzt erfolgreich sind beim Erlangen dieser Gemeinnützigkeit gehe ich davon aus dass sie als Teil dieser pro life Bewegung ganz allgemein gegen ihn stehen man hat immer wieder Berichte von pro Demonstration auf gewalttätige Art und Weise gehen sie davon aus dass ihre Arbeit tendenziell immer schwieriger wird dass also noch zunehmend ist dass das was der Kant und Ergang jetzt macht eben sogar von staatlicher Seite dass das etwas ist was sie noch öfter antreffen werden also generell eine etwas feindliche Stimmung für ihr Anliegen Ja das ist leider so die politischen Rahmenbedingungen ändern sich zusehends in vielen Ländern zu Ungunsten des Lebens hin zur Liberalisierung der Abtreibung auf der einen Seite und gleichzeitig der zunehmenden Einschränkung unserer Arbeit auf der anderen Seite also es ist nicht nur dass Abtreibung immer weiter liberalisiert wird und die Methoden weiter liberalisiert werden sondern es ist auch so dass man zusehends versucht Organisationen wie 1000 plus das Leben schwer zu machen oder sogar versucht uns zu verbieten und das ist ein Phänomen das wir nicht nur in der Schweiz haben sondern tatsächlich aktuell auch auf ganzer europäischer Basis mit einer Ausnahme muss man sagen Italien und dort Südtirol da haben wir noch im heiligen Land Tirol da haben wir diese Befürchtung nicht wir haben aus diesem Grund auch unseren Sitz von Profemina International der Mutter Organisation aller Beratungsstellen nach Südtirol verlegt und bauen dort die internationale Basis auf und Präsenz auf gerade vor dem Hintergrund dass in Südtirol der Lebensschutz noch kein Verbrechen ist der wie mir mal gesagt wurde Matthias Scheppi besten Dank für dieses Gespräch mein Gast in der heutigen Ausgabe der Schweizer Zeit war Matthias Scheppi Geschäftsführer der Schwangerschaftsberatung 1000 plus Profemina in der Schweiz mein Name ist Stefan Milius diese Sendung entstand in Zusammenarbeit mit der Zeitung Schweizer Zeit zu finden unter www.schweizerzeit.ch wenn Sie an die Kontrafunk Redaktion schreiben wollen dann gern unter der Mailadresse info at kontrafunk.radio diese Sendung ist auch als Podcast abrufbar auf unserer Webseite kontrafunk.radio besten Dank fürs Zuhören